Ardoisur. Ardoisur wird auch genannt Ardoisius. Ardoisur ist ein weiblicher Cherubim. C-H-E-R-U-B-I-M. Ardoisur hat als besondere Fähigkeiten, Frauen fruchtbar zu machen. Ardoisur ist also ein Fruchtbarkeitsengel, ein Engel für gute Kindgeburt, leichte Kindgeburt. Ardoisur hat auch die Aufgabe, dass die genügend Muttermilch kommt. Ardoisur wird auch bezeichnet als die Spenderin des Lebenswassers. Also Ardoisur, ein Engel insbesondere für Weiblichkeit. Ardoisur steht auch dafür, dass letztlich Schwangerschaft, Geburt und auch das Mulchgeben für die Kinder letztlich göttliche Aspekte sind. So viele Frauen, die ein spirituelles Leben schon Jahre gelebt haben, spüren in der Zeit ihrer Schwangerschaft die göttliche Gegenwart noch mehr als vorher. Und auch in der Geburt, so schmerzhaft sie oft ist, spüren viele Frauen tiefer in Gotteserlebnisse. Und auch wenn das Kind an der Brust ist und saugt, ist dort eine besondere göttliche Kraft spürbar. Und diese göttliche Kraft kann man als Ardoisur sich personifiziert vorstellen, also als Engelswesen.